Die mobile Hebehilfe E-Slift Master ist mit einem Rollenwender ausgestattet, um schwere und unhandliche Rollen zu bewegen. Die Rolle wird im Kern aufgenommen, indem der Rollenwender in die Rolle mit dem Verpackungsmaterial eingefahren wird. Die Rolle lässt sich mit der Fernbedienung elektrisch in horizontale und vertikale Position wenden. In der horizontalen Position wird die Rolle auf die Verwendungshöhe gefahren und auf den Maschinendorn aufgeschoben. Der E-Slift Master kann Rollen bis zu 450 kg heben. Hier ist der E-Slift Master mit einem manuellen Rollenwender ausgestattet. Die Kurbel besitzt ein Winkelgetriebe, die Rollen mit hohem Gewicht leicht drehen kann. Der manuelle Dorn hält den Rollenkern fest und kann per Hand gedreht werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017